Hallo und herzlich willkommen. In dem heutigen Video geht es um die virtuelle Realität und das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Schon vor vermutlich 10 Jahren jetzt mittlerweile, als die Kinect für die Xbox 360 rauskam, war ich fasziniert von diesem Thema. Und ich wünsche mir seitdem, dass diese ganze Sache Mainstream wird. Denn erst wenn eine Sache richtig Mainstream wird, ist es lukrativ, finanziell betrachtet, für die Unternehmen auch dafür Software oder auch neue Hardware zu entwickeln. Und dann geht der ganze Spaß erst richtig los. Und jetzt eben gerade erst wurde auch die Sony Playstation VR 2 angekündigt. Und das hat mir dann die Motivation gegeben, ebenfalls ein Video zu machen, eine kurze Kaufberatung einfach. Was ist die sinnvollste VR-Brille für einen VR-Neueinsteiger? Und damit legen wir direkt los. Und ihr seht direkt drei Produkte eingeblendet. Und zwar ist das einmal die Oculus Quest 2 von Facebook. Obwohl mittlerweile nennen die sich ja Meta. Also wäre das dann die Meta Quest 2. Dann haben wir die HP Reverb G2. Und nicht zu vergessen den alten Flaggschiff, den Wealth Index. Und in meinen Augen sind das die drei, die halt tatsächlich in Frage kommen für alle VR-User. Sagen wir mal 98% aller VR-User. Und für diese ganz, ganz kleinen Nischen. Dann könnten wir noch ein separates Video machen zu anderen VR-Brillen. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, noch ein drittes Video vielleicht zu zukünftigen VR-Brillen. Was dann halt zum Beispiel auch die Playstation VR 2 beinhalten würde. Also schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr an sowas interessiert seid. Ich bin auf jeden Fall daran interessiert, so ein Video zu machen. Und nun legen wir auch direkt los. Und eine Sache ist euch wahrscheinlich aufgefallen. Ja gut, du hast die TDA jetzt einfach dahingestellt, aber keine Preise angezeigt. Das war bewusst so. Denn sobald wir die Preise einblenden, und das tun wir jetzt in diesem Fall mal, dann ist eigentlich die Entscheidung direkt gefallen für alle Einsteiger. Und zwar kostet die Oculus Quest 2, und das obwohl die Preise gestiegen sind, weil die Nachfrage so groß ist, nur 350 Euro. Mit dieser Brille kann man eigentlich nichts falsch machen. Außer es gibt eine Sache, mit der man falsch machen kann. Und zwar ist das der Facebook-Zwang. Dazu kommen wir gleich. Fangen wir erstmal mal an mit dem Display. Und zwar ist da ein LCD-Display verbaut, mit einer Auflösung von 1832x1920 Pixeln pro Auge. Und das läuft meistens mit 60 FPS, aber es ist auch möglich, 90 oder auch sogar 120 einzustellen. Und das Tracking wird mit Kameras realisiert. Ihr müsst also nichts aufstellen in eurem Zuhause. Und das Gute ist, es ist erstaunlich gut. Wenn man das direkt vergleicht mit den alten Mixed-Reality-Headsets von Microsoft, dann sieht man einen Riesenunterschied. Also bezüglich Tracking braucht ihr euch keine Sorgen machen, außer ihr wählt halt hinter eurem Rücken. Wo keine Kameras sind, funktioniert es natürlich nicht. Als würde das nicht reichen, ist auch noch ein Chip verbaut. Und zwar ist das der XR2. Und das ist ein ziemlich leistungsstarker Chip, der eigentlich vollkommen ausreicht, dass die VR-Brille ohne PC bedient werden kann. Ihr könnt da Spiele drauf spielen, ihr könnt da Programme drauf laufen, ihr könnt das Ding mit eurem PC verbinden, alles ist möglich mit dem Teil. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, ach, da musst du ja diesen super überteuerten Link-Kabel kaufen, weil das Ding hat ja keinen HDMI-Anschluss. Ja, das stimmt, ihr habt keinen HDMI-Anschluss, aber ihr müsst nicht diesen überteuerten Ladekabel kaufen. Ich empfehle euch sogar, das Ding nicht zu kaufen. Ihr müsst nur das richtige USB-Kabel kaufen, da könnt ihr nicht einfach ein XBDB-GIS benutzen. Ich werde das richtige natürlich unten verlinken, damit ihr auch nicht das Falsche pickt. Oder ihr macht das so wie ich und ihr habt vermutlich irgend so einen Vodafone-Router zu Hause, der hat WiFi 6, also wenn ihr einen aktuellen habt natürlich, dann braucht ihr nichts davon. Ihr könnt das Ding kabellos verbinden. Und das ist einer der wenigen VR-Headsets, die dazu fähig sind. Und ich finde, das ist Gold wert. Kein Kabel, das stört, kein Kabel, über das ihr stolpern könnt. Glaubt mir, das ist so viel wert. Jetzt bin ich die ganze Zeit nur am Loben von diesem Gerät und es ist tatsächlich auch lobenswert. Das Ding ist super. Aber wir müssen auf eine Sache zu sprechen kommen. Erstens, wir leben in Deutschland. In Deutschland wird das Teil nicht vertrieben. Das liegt daran, das Ding hat einen Facebook-Zwang. Für den Endkunden bedeutet das nur, ihr müsst einen Facebook-Account haben und ihr müsst euch mit dem Facebook-Account im Oculus einmal einloggen, sonst könnt ihr das Teil nicht bedienen. Das kann keiner gut reden. Die meisten, ich schätze mal die 80% von euch, wird das nicht einmal stören. Aber das ist eine Sache, die eigentlich ziemlich assi ist von denen. Aber wir wissen noch, warum die das machen. Die verkaufen halt die VR-Brille erneut unterm Wert. Und da ihr dann halt bei denen eingeloggt seid, könnt ihr auf eure Daten zugreifen. Und natürlich seid ihr auch ein bisschen daran gezwungen, bei denen im Store etwas einzukaufen. Da verdienen die halt wieder Geld. Und egal, wie ich das drehe und wende, ich muss trotzdem das Teil empfehlen. Und auch wenn ihr es nicht in Deutschland kaufen könnt, ich zum Beispiel habe mir das Ding gekauft und ich bin nie enttäuscht worden von dem Teil. Also aktuell gibt es einfach nichts so vergleichbar Gutes und Günstiges natürlich. Wenn ihr euch dafür interessiert, müsst ihr es aber importieren. Und das macht ihr einfach aus Frankreich. Und das ist das Einfachste. Zumindest habe ich das so gemacht. Auch dazu findet ihr einen Link in der Beschreibung. Ich empfehle euch die 128 GB Version. Mehr braucht ihr nicht. Und die 64 GB Version könnte noch eventuell reichen. Aber die ist aktuell komplett überteuert. Einfach nur, weil sie ausverkauft ist. Das liegt daran, dass sie einfach nicht mehr hergestellt wird. Also Finger weg von der 64 GB Version. Holte ich die 828. Die kostet ungefähr 350 Euro. Und damit seid ihr vollkommen bedient. Und wenn ihr mal keinen Platz mehr habt, dann löscht ihr halt ein Spiel. Ihr könnt es ja jederzeit wieder installieren. Falls der eine oder andere so ein mulmiges Gefühl hat, oh, ich soll das Ding aus Frankreich importieren. Der Kauf, der ist genauso wie halt, wenn ihr direkt aus Deutschland bestellen würdet. Und auch keine Sorge bezüglich der Sprachen. Ihr könnt das Ding einfach auf Deutsch stellen. Also ihr habt nichts zu befürchten. Ich hatte genauso ein mulmiges Gefühl damals. Es hat aber einwandfrei funktioniert. Also macht euch keine Sorgen. Und nun kommen wir zu den zwei weiteren Geräten. Und für die unter euch, die halt wirklich sagen, nein, ich möchte auf keinen Fall Facebook daran unterstützen, weil die wollen meinen Account, die wollen meine Daten. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ihr seid auch vollkommen richtig dabei, das nicht zu tun. Wenn ihr halt die finanziellen Mittel habt, ein bisschen mehr zu zahlen, dann könnt ihr halt auf die anderen beiden zugreifen. Und das würde ich halt jedem empfehlen, der dazu in der Lage ist. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, diese zwei Brillen könnt ihr nur mit einem guten PC benutzen. Wenn ihr keinen guten PC habt, dann tut es mir echt leid. Ihr müsst dann auf die Oculus Quest 2 zurückgreifen. Oder ihr spart erstmal euer Geld, holt euch einen PC und dann holt ihr euch einen von diesen Brillen. Damit kommen wir dann zum HP Reverb G2. Dieses Gerät ist aktuell einer der allerbesten, wenn es darum geht, was für eine Auflösung ihr pro Auge bekommt. Und zwar beträgt die Auflösung 2160x2160 pro Auge mit einer Refresh Rate von 90 Hertz. Erneut brauchen wir keine Systeme, die wir aufstellen müssen. Wir haben wieder ein Kamera-Tracking. Die Controller werden einfach mit den Kameras im Headset selbst getrackt. Das funktioniert soweit, aber es ist nicht so gut wie mit der Oculus Quest 2. Das muss man an dieser Stelle einmal gesagt haben. Was dafür extrem gut funktioniert, ist das Audiosystem. Die Lautsprecher, die angebracht sind, die sind dieselben oder sehr ähnliche wie in der World of Index. Die wurden zumindest mit derselben Technologie erstellt. Und das Besondere bei denen, die liegen nicht genau am Ohr auf und die haben so einen kleinen Abstand. Und das sorgt dafür, dass sie halt so ein schönes Gefühl für den Raum geben. Ihr solltet das auch nicht unterschätzen. Es ist nicht nur das, was ihr seht, sondern auch wie ihr das wahrnehmt durch die anderen Sinne, ganz besonders das Gehör. Und das hilft euch extrem mit der Immersion in das Spiel oder halt in die Welt, was ihr auch immer euch gerade anschaut. An dieser Stelle sollte ich natürlich fair sein und erwähnen, natürlich hat auch die Oculus Quest 2 Lautsprecher, die sind aber nicht so gut wie mit diesem Gerät. Im Grunde genommen ist das Gerät perfekt geeignet für jeden, der einen sehr leistungsstarken PC zu Hause hat und sehr daran interessiert ist, Flugsimulation oder Rennsimulation zu spielen. Und damit kommen wir auch zum Preis vom HP Reverb G2. Ihr kriegt das Ganze aktuell für 594 Euro bei Amazon. Und ja, in diesem Fall müsst ihr nichts importieren. Also falls ihr auch davor Angst habt, dann ist das eventuell die bessere Wahl für euch. Falls euch das Video soweit geholfen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Like. Das hilft uns immer sehr mit dem YouTube-Walgorithmus. Und damit kommen wir zum Flaggschiff schlechthin und zwar den Wealth Index. Und hier möchte ich mich wirklich kurz fassen, denn die Wahrheit ist, ich kann das eigentlich niemandem mehr empfehlen. Das Teil ist super gut. Ihr habt ein super Audio System und was halt extrem toll ist, die Controller, ihr habt halt die besten Controller überhaupt, die tracken sogar die Position für euren Fingern. Aber, aber, seien wir doch mal für einen Augenblick ehrlich. Die Wealth Index, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt und im Grunde genommen ist sie veraltet. Ihr habt halt eine Auflösung pro Auge von 1600 mal 1440 Pixeln und das bei einer Refresh Rate von 120 Hertz. Das ist ja erstmal schön und gut, aber es ist halt schon etwas niedrig aufgelöst im Vergleich zu den anderen beiden Geräten. Da sprechen wir ja an dieser Stelle einmal kurz über die Controller. Die Controller sind halt wirklich die besten Controller, die es aktuell auf dem Markt gibt. Die tracken eure Finger, die haben eine super Haptik, alles ist super, nur sind die nicht so robust verarbeitet worden. Also robust in dem Sinne, dass sie einfach mal schnell kaputt gehen können oder dass auch die Sticks einfach mal einen Drift bekommen und ihr habt da keinen Kundenservice wie bei Amazon beispielsweise und ich will jetzt nicht Amazon gut reden, ich möchte eher Steam oder Wealth schlecht reden. Es gibt halt oft den Fall, dass ihr nicht so schnell einen Ersatz bekommt oder halt eure Garantie nicht wirklich gut nutzen könnt. Dann steht ihr da mit defekten Controllern und was wollt ihr dann machen? Müsst ihr vermutlich neue kaufen. Und dann kommen wir auch mal zum Preis und zwar kostet alleine die VR-Brille 539 Euro. Dann müsst ihr natürlich die beiden Controller kaufen und dann noch zwei Basisstationen und dann könnt ihr natürlich das einzelne in einem Bundle kaufen. Dann seht ihr einfach mal bei 1079 Euro. Und da muss ich ganz ehrlich sein, das ist einfach zu viel verlangt für, ich sag mal, veraltete Technologie. Auch wenn die Wealth Index einige Sachen wie zum Beispiel den Controller oder auch das Audio System oder auch die Refresh Rate sehr, sehr gut macht, ist es das Geld nicht wert. Also an der Stelle fassen wir einmal kurz zusammen. Für die unter euch, die halt zu Hause einen sehr leistungsstarken PC zu Hause haben, den empfehle ich den HP Reverb G2. Dann habt ihr eine super Auflösung und auch die Refresh Rate von 90 Hertz ist ideal. Und wenn ihr keinen starken PC zu Hause habt oder auch wenn ihr einen starken PC zu Hause habt und euch dieser Facebook-Zwang und das Importieren der Brille nicht stört, dann könnt ihr euch eine Menge Geld sparen und einfach die Oculus Quest 2 kaufen. Und das tut mir echt leid. Ich würde am liebsten was anderes behaupten, denn ich bin sehr gegen diesen ganzen Facebook-Zwang. Quatsch, aber es ist aktuell vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Und ich denke mal an eine Sache. Ich möchte ja, mein Wunsch ist es halt, dass vor eurem Mainstream wird. Und was könntet ihr besseres machen, als die Brille einfach mitnehmen zu eurem Kumpel oder zu eurer Freundin nach Hause und sogar eurer Oma oder eurem Opa das zeigen, indem ihr es einfach mal aufsetzt. Ihr braucht da kein PC für. Ihr müsst nichts vorbereiten. Ihr setzt das Ding einfach auf, zeichnet einmal auf dem Boden den Rahmen, wo ihr halt rumspielen könnt und jeder ist bereit, damit halt seine ersten Experiences zu machen. Und das ist eine Sache, die ich halt sehr vermisse bei den anderen Brillen. Da müsst ihr halt eine gewisse Vorbereitungszeit haben. Ihr müsst ein PC dort haben, sonst funktioniert das Ganze einfach nicht. Ich bin an dieser Stelle sehr gespannt auf eure Meinung. Also ich könnte sein, dass ich einfach falsch liege, dass ihr halt vielleicht noch ein paar andere Brillen kennt, die man aktuell kaufen könnte. Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall versuchen, jedem von euch zu antworten. Ansonsten hoffen wir auch, dass wir auch mit diesem Video euch weiterhelfen konnten. Wenn das der Fall ist, dann hinterlasst doch bitte ein Like. Und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr uns bei unserem Wachstum unterstützen wollt. Denn unser Ziel ist es, bis Februar 500 Abonnenten zu haben. Und aktuell sind wir schon bei 317 Abonnenten angelangt. Das macht mich natürlich sehr glücklich. Nun seht ihr noch zwei weitere Videos an uns eingeblendet. Und wir sehen uns beim nächsten Video.